Auf ihrer Heimreise machten unsere Starbarians eine Zwischenlandung auf dem Planeten Mamoria. Für ihr Versprechen, das Monster von Gawlex zu töten, bot man ihnen einen ganzen Monat lang Alkohol, Orgien und das saftigste Fleisch, das die Galaxis zu bieten hat. Sie feierten, als ob es kein Morgen gäbe. Ey, das war mal ein Monat, Herr Köger! Ah, und bringen wir jetzt eigentlich das Monster um? Hehehe, nee.